Dazu gibt es Schauer, Gewitter, auch mal richtig kräftigen Regen. Eine Front nach der anderen zieht halt durch. Und das heißt morgen, vor allen Dingen im Laufe des Tages, über der Mitte und dem Norden, starker Wind bis stürmischer Richtung Küste, also vom nördlichen Niedersachsen bis Schleswig-Holstein, auch schwere Sturmböen vereinzelt, verbreitete aber Sturmböen. Und das Gleiche gilt dann auch im Laufe des Nachmittags für Schauer und Gewitter, die hier von Südwesten hereinziehen, das heißt südliche Rheinland-Pfalz, dann aber auch das Saarland und der Nordwesten Baden-Württembergs bekommen zum Teil starke bis stürmische Böen ab. Da können auch mal vereinzelt schwere Sturmböen dabei sein. Auf den Bergen wird es noch heftiger in der Nacht. Zu Dienstag zieht das Ganze weiter Richtung Bayern. Jetzt in der Nacht erst einmal Ruhe, dann morgen hohe Temperaturen. Danach kommt wieder ein Tiefdruckgebiet, dann wird es kalt, danach aber steigen die Temperaturen schnell wieder an. Also wirklich Zickzackkurs. In der Nacht dichte Wolkenfelder aus Westen, da kommt eben die Warmfront mit zum Teil auch mal kräftigem Regen, anfangs nach Südosten hin noch länger locker bewirkt. Morgen dann Richtung Küste, stürmisch, aber auch über der Mitte und insgesamt im Westen und Südwesten. Zum Nachmittag örtlich heftige Schauer und Gewitter, die können dann eben begleitet sein von Sturmböen. Die Temperaturen morgen früh steigen von Westen her an bis 12 Grad, im Laufe des Nachmittags warm nach Südwesten sogar bis zu 22 Grad. Und die nächsten Tage Schauer, Gewitter, es wird wieder kälter, sodass die Schauer dann auch wieder ein paar Schneeflocken dabei haben.